Moin Moin, mein Name ist Dieter Begel, ich bin Verleger und Geschäftsführer von Optimum Medien und Service GmbH. Heute habe ich aus diesem tollen Karten-Set Vitamin Grün und Du, Deine Beste Medizin, nochmal eine Atemübung rausgesucht. Bestimmt ein Schicksalswink. Es liegt aber auch an der Zeit, weil es um die Bienenatmung geht. Und die Bienen fliegen ja auch gerade, Gott sei Dank. Und hier geht es darum, dass das Atmen uns dazu in die Lage versetzt, dass die Körperzellen eine einheitliche Schwingung erlangen, das Blockaden und Verspannungen überall löst und uns Selbstvertrauen und Konzentrationsfähigkeit sowie eine gute Gedächtnisleistung brauchen wir, ermöglicht. Also Stress abbauen, Kopfschmerzen verschwinden lassen mit den Bienen. Vielen Dank und einen schönen Tag.